Das ist wirklich schön. Ich will dich endlich wieder lächeln sehen. Das ist die Lung. Was ist denn? Ich komme mir so dumm vor. Ach komm, wir lassen all unsere Probleme draußen. Unseren dummen Streit vergessen wir. Für die nächsten zwei Stunden gibt es nur uns zwei. Nein, ich gehe da aber nicht alleine rein. Meinst du denn wirklich? Ich habe mir die ganze Mühe nur für dich gemacht. Au! Also bei aller Freude über das Kind, aber ich bin wirklich froh, wenn ich meinen Bauch wieder für mich alleine habe. Und meinen Rücken. Nach der Geburt erholst du dich erst mal und ich kümmere mich um die Kleine. Und dann gibt es ja auch noch Charlie und Lars. Die stehen bestimmt jeden Tag auf der Matte. Ja, Lars. Fragt sich nur, ob es ihm wirklich um seine Tochter geht. Carla. Lars hat akzeptiert, dass wir beide zusammengehören. Ich weiß. Er freut sich genauso wie wir auf das Kind. Tut mir leid. Deine Hormonschuh? Ja. 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 Ja.